Ich bin ein ganz kleiner süßer Chihuahua, geh mal gucken wer da ist, wo ist die Chica, los geht's. Ne, da ist auch nichts. Ist das die Häschensfall? Ja, ich finde sie halt nicht so entspannt, aber ist halt auch echt mega windig. Mal hallo gesagt. Aber neugierig. Kalle hat Spaß. Chica guckt. Pachi auch. Guten Tag. Da geht's wieder raus, genau. Super. Ach guck mal. Jetzt ist es besser. Jetzt schauen wir uns hier überall um. Ja, guck mal. Ja, guck mal. ARD Text im Auftrag des ZDF, 2020